Moin Leute, Muitzi hier. Der Playtest von X-Defined ist jetzt seit Sonntag bzw. Montagnacht vorüber und ich weiß, das kommt jetzt etwas verspätet, aber ich dachte mir halt, dass ich jetzt so als Abschluss von dem Ganzen nochmal ein kleines persönliches Fazit dazu abgebe. Es gab nämlich schon einige gute Dinge, aber leider halt auch ein paar nicht ganz so gute Dinge und darüber möchte ich heute einmal sprechen. Ihr wisst ja, dass ich am ersten Tag des Playtests ein vielleicht etwas voreiliges Video mit meiner Meinung zum Playtest mit dem Namen X-Defined ist eine Katastrophe gemacht habe. Ich weiß, das hörte sich echt schon ziemlich drastisch an, aber dennoch war ich komplett von diesem Video überzeugt. Der erste Tag des Playtests war für mich persönlich nämlich wirklich eine absolute Katastrophe, da es sich echt überhaupt nicht gut spielen ließ. Der Ping aller Spieler war am ersten Tag nämlich echt sehr hoch, wobei ich selbst in einigen Runden sogar bei fast 100 war, was natürlich brutal ist und das obwohl ich echt eine relativ gute Leitung habe. Des Weiteren war der Delta-Fehler, welchen Playstation-Spieler hatten, ebenfalls echt sehr nervig, denn durch diesen ist die Spielersuche halt andauernd abgekackt, was halt jedes Mal unnötig viel Zeit gekostet hat und wenn das so 10 Mal an einem Abend passiert, dann hat man halt irgendwann auch echt keinen Bock mehr drauf. Außerdem waren die No-Wags am ersten Abend auch echt am schlimmsten, also man hat teilweise echt 20 Kugeln oder so für einen einzelnen Gegner gebraucht, obwohl man halt komplett drauf war und man wurde unfassbar schlimm um Ecken gekillt, obwohl man teilweise hinter irgendeiner fetten Stahlwand oder sowas stand. Irgendwie hat es Ubisoft dann tatsächlich aber doch noch hinbekommen, diese Probleme wieder etwas zu fixen. Am zweiten Tag hat sich der Playtest nämlich schon um Welten besser angefühlt, also so wirklich vergleichbar war das finde ich überhaupt nicht. Erst einmal wurde der Delta-Fehler vollständig behoben und auch den anderen Verbindungsproblemen wurde entgegengewirkt. Es war jetzt nicht so, dass alles plötzlich perfekt lief, denn der Ping war immer noch relativ hoch, also bei mir selbst meist so zwischen 50 und 60 und man hatte immer noch mit No-Wags zu tun. Es ist denke ich relativ offensichtlich, woher diese Verbindungsprobleme kamen und zwar vom Netcode, denn wir wissen ja, dass Ubisoft zum letzten Playtest schon nicht zufrieden damit war und sich dementsprechend einen komplett neuen Netcode geholt hat. Wie sie den Netcode nun fixen wollen, ist eine gute Frage, denn so wie er aktuell ist, kann er finde ich definitiv nicht bleiben. Es ist halt echt einfach nur anstrengend, wenn teilweise nur die Hälfte der Kugeln connecten. Was auch noch ein ziemlich großes Thema war, war das Movement, also wie sich halt alles so angefühlt hat. Und hier haben halt einige Leute gesagt, dass sie finden, dass es sich ziemlich schwer, also nicht wirklich flüssig anfühlt. Und ich persönlich bin da nicht ganz derselben Meinung. Es fühlt sich an manchen Stellen vielleicht schon etwas komisch an und vielleicht auch nicht so zu 100% so wie im vorherigen Playtest oder der Beta. Also ich kann den Punkt auf jeden Fall in gewisser Art und Weise nachvollziehen, aber man muss hier halt auch bedenken, dass es kein COD ist. Viele Leute vergleichen X-Defined halt gerne mit COD, da COD halt auch das ist, was man am ehesten damit vergleichen kann. Und natürlich fühlt sich das Movement nicht ganz so flüssig an, wie es halt in COD der Fall ist, aber ich finde, dass es trotzdem auf seine eigene Art und Weise ganz in Ordnung ist. Ein wenig könnte man da vielleicht trotzdem noch dran arbeiten, denn an gewissen Stellen fühlt es sich definitiv nicht perfekt an, also teilweise war es halt echt schon sehr komisch. Was mich ansonsten aber noch etwas genervt hat und was finde ich auf jeden Fall bis zu möglichst verbessert werden muss, ist die ständige Laderei. Ich finde nämlich, dass teilweise viel zu viel Zeit in der Lobby drauf geht, was einem vor allem dann auffällt, wenn man aus einer Runde rausgeht oder halt eine Runde endet. Hier bin ich aber relativ zuversichtlich, dass es bis zum Release auf jeden Fall noch verbessert wird. Vermutlich ist es halt nur so, weil es ein Playtest und nicht das fertige Game war. Und abgesehen von diesen paar Punkten hatte ich eigentlich echt eine ganze Menge Spaß am Playtest. Klar gab es hier und da auch noch ein paar Sachen, die etwas gebufft oder genervt werden könnten. Also ich bin der Meinung, dass die Phantom-Klasse auf jeden Fall um einiges zu stark ist, wobei mich vor allem diese 20 Extra-Leben ziemlich genervt haben. Und weiterhin finde ich, dass jedes Team höchstens zweimal ein und dieselbe Fraktion haben sollte, das sonst einfach nur extrem abfuckt, wenn jeder aus dem Gegner-Team mit derselben Klasse spielt. Ansonsten hatte ich aber echt eine ganze Menge Spaß am Playtest und wenn ich ehrlich mit euch sein soll, bin ich jetzt irgendwie noch mehr als zuvor auf den Release gehypt, aber ich weiß natürlich auch, dass er sich noch etwas in die Länge ziehen könnte. Ubisoft hat sich dazu bislang leider nicht nochmal genauer zu Wort gemeldet, Mark Rubin hat nach Ende des Tests nur einen Tweet gemacht, in welchem er sich bei uns für die Teilnahme bedankt und sagt, dass er bald ein Statement zu den Ergebnissen des Playtests abgeben wird. Ich hoffe jedenfalls, dass wir XC Find noch dieses Jahr sehen werden und nicht nochmal irgendwie ein Jahr oder so darauf warten müssen, denn das wäre wirklich einfach nur die pure Enttäuschung. Aber gut, das war soweit mein Fazit zum Playtest von XC Find. Nun würde mich auf jeden Fall mal noch sehr eure Meinung dazu interessieren, Also wie fandet ihr den Playtest und findet ihr, dass XC Find so auf diese Weise released werden kann oder eher nicht? Für mehr XC Find Content lasst auf jeden Fall gar noch eine Bewertung auf das Video da und wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein kostenloses Abo. Ansonsten bedanke ich mich noch fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.